Hi! So, ich wollte heute mal wieder ankündigen und zwar morgen gibt es wieder einen Livestream, morgen am 4.8. um 21 Uhr und das Spiel ist noch geheim und eventuell wird es davon noch ein Live-Let's Play geben. Also einschalten nicht vergessen und hier auf YouTube, ne? Also haut rein, schönen Freitag noch. Tschüss!